Danach kam wieder der UFC Hallein und es passierte folgendes, diese Aktion! Die Highlights zum Spiel aus der Salzburger Liga zwischen dem SK Artnet und dem UFC Hallein seht ihr ab sofort in der Siza Sport TV App und die könnt ihr einfach downloaden aus dem App Store oder Play Store.